Hallo zusammen Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Collectors Video, dem wir heute das Mega Multiset aus der Barclays Women's Super League Sticker Kollektion zur Saison 2023-24 von Panini anschauen wollen. In diesem Mega Multiset befinden sich insgesamt 18 Stickertüten aus dieser Kollektion und das ganze gibt es, ihr seht es rechts oben, zum Preis von 14.99€, was ich finde ein richtig gutes Angebot ist, denn 18 einzelne Stickertüten würden normalerweise 16.20€ kosten. In diesem Mega Multiset gibt es das ganze für knapp 15€. Bevor wir reinschauen, ihr Kinds, schauen wir uns schnell die Verpackung an. So sieht das gute Stück von der Rückseite aus. Kleine Vorschau auf Album, Sticker und die enthaltenen Teams. Und das war es auch schon, was es bei dieser Verpackung zu entdecken gibt. Jetzt gucken wir mal, wo wir die am besten aufziehen, um an unsere 18 Stickertüten zu kommen. So und da haben wir sie. Schütteln sie mal aus, diesem Karton raus, packen den zur Seite und dann können wir loslegen. Und wollen mal schauen, was Panini uns schönes in die 18 Packs in dieser Kollektion reingepackt hat. Ihr seht das ganze aus dieser Box ohne Barcode in den normalen Displayboxen. Die Sticker Packs damit mit einem Barcode versehen, da man sie dort ja auch einzeln kaufen kann. So, los geht's mit einem Jubel-Sticker und direkt noch ein weiterer hinterher. Dann unser erster Spielerinnen-Sticker mit Codina von Arsenal. Dann haben wir die Turner von Manchester United und Chloe Kelly von Manchester City. Dann geht es weiter mit Lisa Evans von West Ham United. Leelander-Sticker bedeutet hinterer Bereich des Albums mit den Keyplayern. Dann wieder ein Teil eines Jubelbildes, diesmal der untere von Manchester City. Megan Finnegan auf dem glitzernden Captain-Sticker von Everton. Und wir haben direkt noch einen weiteren hinterher mit Mackenzie Arnold, Kapitänen von West Ham United. Und ein normaler Spielerinnen-Sticker ist auch noch drin mit Lowenham, der englischen Nationalspielerin von Manchester City. Weiter geht's mit dem nächsten Jubelbild. Diesbezüglich das Mega Multiset, also anscheinend richtig gut bestückt. Dann haben wir Mel Phyllis von West Ham United. Wir bleiben bei West Ham mit Emma Harris. Und nochmal West Ham mit Kirstie Smith. Und zum Abschluss gibt's noch einen Wappen. Und das ist das von Liverpool. Im nächsten Päckchen finden wir Abby Harrison von Bristol. Dann unseren ersten International Star-Sticker von Brighton. Dann der Captain-Sticker von Everton. Diesmal ohne Glitzer-Hintergrund. Rachel Laws von Liverpool. Noch ein Captain-Sticker, diesmal Bristol City. Und schauen wir mal beim nächsten Päckchen mit dem linken Teil des Teamfotos von Tottenham. Dann haben wir Caroline Olsen von Everton. Cicira Muzovic, Tolderin von Chasey. Sam Tierney von Leicester City. Und da haben wir Megan Finnegan nochmal als glitzernden Captain-Sticker von Everton. Nächstes Päckchen mit der rechten Seite des Teamfotos von Leicester City. Dann haben wir CJ Bott von Leicester City. Courtney Borson von Everton. Unser erster Trikot-Sticker. Und der kommt von Tottenham. Dann haben wir Jade Nivier von Manchester United. Und das war es schon wieder für dieses Päckchen. Wir greifen direkt zum nächsten. Mit dem unteren Teil des Jewel-Buildes von Manchester United. Dann unser erster Elite-Sticker mit Missy Bo Kearns von Liverpool. Dann wieder ein International Star-Sticker. Diesmal von Everton. Drew Spence von Tottenham. Nächster Captain-Sticker. Diesmal von Chasey. Mit Millie White. Und das gleichzeitig auch der letzte Sticker in diesem Päckchen. Dann geht es weiter mit dem linken Teil des Teamfotos von Leicester City. Dann haben wir Hazard Payne von Everton. Nächstes Jubel-Build. Wieder ein Elite-Sticker. Diesmal Aspin von Bristol City. Und Amanda Edestad von Arsenal. Zum Abschluss dieses Päckchens. Im nächsten finden wir das nächste Jubel-Build. Der untere Teil von West Ham. Dann Aurora Gully auf diesem Glitzer-Sticker. Von denen hatten wir bisher noch gar keinen. Dann haben wir Mary Fowler von Manchester City. Millie Bright. Diesmal als Glitzerner-Captain-Sticker. Und Kodina von Arsenal. Die wir ja ganz zum Anfang schon gesehen haben. Weiter geht's mit Hayashi von West Ham. Dann ist erstaunlicherweise ein Sticker umgedreht. Und das ist Amber Thysiak von West Ham. Dann geht's weiter mit Becky Spencer von Tottenham. Izzy Atkinson von West Ham. Und Martina Piemont von Everton. So und trotz dessen, dass das Ganze hier ziemlich verdreht war. Waren's leider nur 5 Sticker. Hätte er sagen können, dass da ein bisschen was schiefgegangen ist. Und Pani, wie uns da mal einen mehr gönnt. So, machen wir einfach mit dem nächsten Päckchen weiter. Finden die linke Seite des Team-Fotos von Arsenal. Dann Shania Hales von Bristol City. Rosanna Ayan von Tottenham. Nächster Elite-Sticker mit Kater von Chasey. Und zum Abschluss haben wir Gehze von Manchester United im Päck. Nächstes Päckchen mit Kaspari von Manchester City. Dann unser erster Sticker im Querformat mit Miyazawa von Manchester United. Da machen wir einfach mal ein bisschen Platz, dass wir den dann noch hinkriegen. Dann haben wir Morgan von Bristol City. Den Ketten-Sticker von Aston Villa. Und Jordan Nobbs, ebenfalls Aston Villa. Dann geht's weiter mit der rechten Seite des Team-Fotos von Chasey. Dann haben wir Rachel Furness von Bristol City. Julie Thibault von Leicester. Genauso wie Kourtney Nevin. Und zum Abschluss Caroline Oleson von Everton. Dann geht's weiter mit Jess Carter von Chasey. Und der Retail Jubelfoto Brighton & Hove Albion. Dann haben wir das Wappen von Aston Villa. Und noch ein Elite-Sticker mit Howard von Leicester City. Und wir haben direkt noch einen hinterher mit Ella Toon im Trikot von Manchester United. Zwei Elite-Sticker in einem Pack nimmt man natürlich immer gerne. Wir schauen mal, was das nächste bringt. Dem finden wir Abby Harrison von Bristol City. Bassmeet von Arsenal. Linker Teil Team-Foto Brighton. Frieda Manum von Arsenal. Und Ella Toon diesmal als normale Standard-Sticker. Dann geht's weiter mit Grace Clinton von Tottenham. Jamie Lee Napier von Bristol City. Dann haben wir wieder ein Jubelbild. Lauren James für Chasey auf diesem wunderbar glänzenden Sticker. Und direkt noch eine Idee aus der gleichen Kategorie mit Naomi Leisel von Bristol City. So, wir kommen zum vorletzten Sticker-Päckchen. Wir finden die linke Seite des Team-Fotos von Liverpool. Gefolgt von der von West Ham United. Dann haben wir Goodwin auf diesem linernen Sticker von Leicester City. Millie Turner von Manchester United. Und Poppy Pattinson von Brighton & Hove Albion auf diesem Special-Sticker. So, und dann sind wir schon beim letzten Sticker-Tüttchen aus diesem Mega-Multi-Cent angekommen. Und finden eine Jill Ward von Manchester City. Dann nochmal ein Sticker im Querformat mit Fran Bentley von Bristol City. Direkt der nächste hinterher mit Taylor Hintz von Liverpool. Dann haben wir nochmal das Ganze in umgedrehter Variante mit dem International-Sticker von Aston Villa. Und noch ein weiterer mit dem von Brighton & Hove Albion. Ja, und damit sind wir auch durch mit unseren 18 Sticker-Tüten aus diesem Mega-Multi-Set. 90 Sticker aus dieser Kollektion haben wir gesehen. Leider nicht alles verschiedene, aber ein paar doppelte gehören ja auch immer dazu. Insgesamt hielt sich das, glaube ich, ganz gut die Waage. Ja, und damit sind wir dann auch erstmal durch mit den Produkten, die ich zu dieser Kollektion vorliegen habe. Starter-Pack, Display-Box und Mega-Multi-Set haben wir damit gesehen. In dieser Kollektion gibt es dann noch die etwas kleineren Einheiten. Multi-Pack und Multi-Set. Sollte ich da noch drankommen, werden wir uns die der Vollständigkeit halber natürlich auch noch anschauen. Und wenn ich es dann mal geschafft habe, alles dicker einzukleben, dann schauen wir uns natürlich auch nochmal den Fühlstand des Albums an. Für diesen Moment soll es dann aber erstmal mit dieser Kollektion gewesen sein. Alles, was ihr zu diesem Produkt und der Kollektion noch loswerden möchtet, könnt ihr jetzt natürlich noch gerne unten im Kommentarfeld platzieren. Ich freue mich da wie immer über eure Rückmeldungen, genauso wie ich mich über einen Klick auf den Like-Button von euch freue. Und wenn ihr die Videos zur weiteren Sticker- und Kart-Kollektion auf diesem Kanal nicht verpassen wollt, dann schnappt euch jetzt noch eins der kostenlosen Kanalabos. Wir sehen uns dann zum nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.